So, er läuft in Panik davon. Vielleicht wenn er den Krieg jetzt hier, äh die Schlacht verliert, könnten wir es sogar auf die 100 schaffen. 84 leider nur. Sehr schade. So, hier unten wird noch belagert. Da hat ein Plünderer unsere Truppen leider verhauen jetzt. Etwas enttäuschend. Dass hier so viel geplündert wird. 89, komm. Wenn wir die beiden jetzt noch belagern, wenn wir euch mal kurz hier reinstellen, dann müssen wir doch auf die 90 kommen. So, 93. Wir haben unglaublich viel Verschleiß wahrscheinlich hier oben jetzt. Da kommt er nochmal an mit seinen 6000. Also er ist schon sehr zäh. Und hat, jetzt hat er doch den Krieg an der Wacke noch, oder? Ne. Immer noch so ein interner Krieg, der hier am Laufen ist. Auf der kommt uns jetzt nicht in die Quere. Wir müssen eigentlich hier rein, aber dann müssen wir gegen die alle hier kämpfen. Wir gehen lieber nach Morar. So, hier wird noch belagert. Würde jetzt sogar warten, würde jetzt gar nicht mehr runterlaufen zum Belagern hier, äh, zum Kämpfen hier. Weil er das nicht so schnell hier gewuppt bekommt. Und jetzt schon bei 98% sind. So, ein neuer Anspruch wird fingiert in unseren Ländereien. Das ist unerhört, aber stört mich jetzt auch nicht. Hey, Trütt! Der Plünderer müsste doch jetzt gegen die 3600 kämpfen. Nö. Ist ihm vollkommen egal. So, da sind wir gleich durch. Und dann ist endlich Schweden Teil des Mongolenreichs. Fantastisch. 100%. Den machen wir noch kurz fertig. Die 5 Tage gönnen wir uns. Wunderschön. Intern gibt es ein paar Querelereien. Aber das ist nicht so schlimm. Da sollen sich die Leute selbst drum kümmern. Wir haben ein neues Kulturinteresse entdeckt. Und zwar war das Haus irgendwas. Haustruppen war das. Können wir halt leider nicht nutzen. Weil wir immer noch Stamm sind, ne. Also, die Malusse, die wir hier haben, die tun schon ein bisschen auch weh, ne. Wir hätten hier drei mehr an Kriegsvolk-Regimentern. Und die maximale Anzahl würde nochmal um 1 steigen. Das wäre schon echt nicht schlecht jetzt hier irgendwann mal. Na gut. Vielleicht, dass wir dann ab... Vielleicht machen wir sogar mit ihm noch... Wenn wir jetzt mit ihm... Er ist 38 Jahre alt. Wenn wir mit ihm jetzt noch ein bisschen die größeren Reiche uns holen. Das hier Byzanz noch. Das hier oben Alba, Tariq, Franzien. Wenn wir uns die noch holen. Vielleicht, dass er zum Schluss, kurz vorm Ende, noch feudal wird. Ist jetzt die Frage, ob das dann so viel Sinn macht, wenn wir... Wenn wir dann den Herrscherübergang haben. Und aber auch gleichzeitig noch die Regierungsform geändert haben. Ob das so sinnvoll ist. Oder ob man erst stabil sein sollte. Und dann wechseln sollte. Und dann noch ein bisschen länger herrschen sollte. Na gut. So. Die Söldner laufen ab. Das ist okay. Wir können wahrscheinlich wieder Leute verkaufen. Wichtig ist nur, dass wir ganz viel Gold ansammeln. Damit wir immer schön gewappnet sind. Für Eventualitäten. Die auftreten könnten. Die hauen wir alle immer schön raus hier. Damit die ganzen Grießgrummel-Vasallen alle gleich mal schön weg sind. Wir haben noch mal wenig Kontrolle. Regensburg. In München immer noch wenig Kontrolle. So schlimm kann das doch gar nicht mehr sein jetzt. 78 ist nicht wenig. Also ich sag mal, unter 50 ist wenig. Hat immer noch Angriffskrieg hier drin mit minus 48. 16 Jahre braucht er zum Bekehren. Nun gut. Nun gut. Würdest du sagen, dass CK3 für den PC anspruchsvoller als CK3 ist? Ja. Würde ich sagen. CK3 ist auf alle Fälle anspruchsvoller. Allein, ne, die ganzen 3D-Porträts, die Karte und so weiter, das ist nicht mehr alles 2D. Deswegen, ne. Gut. Wir werden mal wieder unsere Truppen auffüllen, ein bisschen auffüllen. Und dann geht's gleich in den nächsten Krieg. Leider keine Unterwerfung mehr möglich. Ist er denn jetzt? Er ist wahrscheinlich sehr sauer jetzt. Das heißt, wir müssen ihm gleich mal ein bisschen Gold zuschmeißen. 37 Gold für 55 Meinungspunkte mache ich gern. Und wir werden ihn noch etwas beeinflussen. Und vielleicht eine Bekehrung könnte annehmen. Wir versuchen mal, ihn mit Gold noch zu bekehren. Dann ist er nochmal etwas lieber zu uns. Unruhe herrscht zwischen den Kindern. Odilo. Der Odilo. Da gefallen mir die Eigenschaften noch nicht so wirklich, die der jetzt hat hier. Vor allem ungeduldig, ne. Ruhig könnte er bleiben. Diplomatie, Ränke spielen. Schreckensverfall. Schrecken wäre schon ganz wichtig eigentlich für uns. Ruhig behalten. Tapfer bekommen. Tapfer wäre auch ganz gut. Oder religiöser Eiferer. Hm. Da er ja nicht mehr in den Bildungsweg geht, sind die Religionssachen eigentlich egal. Das heißt, ich würde eher... Schreckensverfall ist halt heftig. Aber die anderen Boni sind schon echt gut. Wir bleiben mal bei Ruhig jetzt. Ich setze ja meine Hoffnungen auf den Letztgeborenen hier. Auf den Kleinen hier. Der aktuell den Ausbildungsschwerpunkt Bildung hat. Was Quatsch ist. Der sollte dann, wenn, dann schon in die Diplomatie gehen. Ein bisschen dicke Backen hat er. Gern würde ich mich euren Lobpreisungen anschließen. Also wir geben ihm 225 Gold. Dadurch bekommt er... nimmt er den Glauben-Tankrismus an und ist nur noch bei 59 jetzt. Ansonsten, was hat er noch für ein Problem? Er möchte einen Sitz im Rad. Oh, er ist sehr gut für den Rad geeignet. Da werden wir dich mal austauschen. Hier ist Königin Sonnghul drin. Die müssen wir leider rausschmeißen. Das... Da kommt er jetzt rein. Dann sind wir bei Minus 9. Das hier wird bald wegfallen. Nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Fremde Kulturgruppe. Bescheiden. Krieg erklärt. Verlangte Bekehrung. Jaja, das geht alles. Das heißt, wir müssen aber unser... unser Beeinflussungsziel wahrscheinlich jetzt nochmal ändern. Dann auf die gute Dame hier. Auf die Königin Sonnghul. Oder... Nee, Gold kann ich hier leider nicht mehr geben. Die können wir noch ein bisschen bestechen. Alle, die eine schlechte Meinung haben und noch nicht bestochen wurden, bekommen ein... Wieso sind die denn jetzt plötzlich alle so böse? Waren doch vorher alle ganz nett. Na gut, wir haben immer noch 8.000 Gold. Passt schon. Passt schon. Alles gut. So. Im letzten Entwicklertagebuch wurde ja der Charakterdesigner angesprochen. Sieht ganz hübsch aus, auch wenn ich den wahrscheinlich nie nutzen werde. Ich bin mal gespannt, was in den ersten Patch kommt. Ich hoffe, dass endlich mal diese Meldungen irgendwie überarbeitet werden. Damit man die nicht immer so umständlich wegklicken muss. Sondern, dass da irgendwie eine bessere Lösung gefunden wird dafür. Die Stammesgebäude sind automatisch weg, wenn man Feudal wird. Ja. Deswegen, ne. Du kannst da auch nicht wirklich upgraden oder bauen. Das nervt ein bisschen, ja. Ich glaube, bei Crusader Kings 2 war es so, dass das dann halbiert wurde oder so. Also du hast deine Gebäude, deine Gebäude wurden quasi umgemünzt in Feudalgebäude, aber die wurden dann halbiert. Das fände ich eigentlich eine bessere Lösung. Ob ich in den eigenen Glauben habe, Robin? Ne. So weit sind wir noch nicht. Wir brauchen ja noch 2500 Punkte. Plus den entsprechenden Lebenswandel dafür. Ich überlege gerade, wie wir noch am besten Frömmigkeit bekommen könnten. Hier müssen wir ja investieren, ne. Hier würden wir zwar Lebenswandelpunkte bekommen. Was ist denn der nächste Punkt? Gemeinde bekehren, Fortschrittstempo. Wir müssen ja hier runter. Also den Pfad mehr will ich jetzt auch nicht investieren. Das kostet uns halt jetzt 100 Frömmigkeitspunkte. Ich würde das jetzt mal machen. Die mystische Kommunion abhalten. Oh, Pilgerreise können wir auch noch machen. Oh, fantastisch. Bier. Ah, ist das teuer. 800. 892. Wir gehen nach Küthen. Die Stätte bei Küthen. Wo auch immer das ist. So, wir haben 300 Punkte bekommen. Können jetzt in eifrigen Bekehrer investieren. Das heißt auch, er hier müsste ein bisschen schneller dann sein. 13 Jahre immer noch. Setzt den fraktionsmäßig aus. Unabhängigkeitsfraktion hat jetzt schon zwei Mitglieder. König Dann hat sich angeschlossen auch. Nachdenklichkeit. Manchmal schaue ich hier draußen spätnachts in die Sterne und ich denke nach. Hingebungsvoller Pilger. Frömmigkeit 10% mehr. Diplomatie erhöhen oder Meinung. Wir gehen natürlich in die Frömmigkeitsbote. Die Freundschaft von Königin Pekshayka. Die guckt aber sehr böse. Sie will mich beeindrucken mit ihrem Todesblick offenbar. Ich werde den Glauben wahrscheinlich gar nicht ändern. Weil jedes Mal, wenn du den Glauben änderst, kommt jetzt darauf an, wie viele Punkte wir dann... Oh, wir haben jetzt 2400 Punkte schon. Wo habe ich denn die jetzt plötzlich her? Ich habe immer auf Bekanntheit geguckt. Ja, perfekt. Je nachdem, ob wir uns das dann noch leisten können. Wir können ja mal reingucken, was wir da so an Religionsänderungen machen könnten. Aber in der Regel geht es nur darum, dass wir einmal reformieren, damit wir später feudal werden können, wann immer wir wollen. So, einer Freundschaft annähern mit dir. Ach, das ist gar nicht unsere Ehefrau. Ich dachte, das ist unsere Ehefrau. Ja, wir können uns ja mal hier ein bisschen anfreunden mit ihr. Das ist kein Problem. Die Söldner laufen ab. Verlorene Gefährten, Kampfgeschick und Aufgebotsgröße erhöhen oder göttlicher Schutz, nochmal Frömmigkeit erhöhen. Ja. Wir müssen ein bisschen die Anspannung dann wieder senken. Wir suchen uns mal ein neues Ziel, ein neues Kriegsziel jetzt. Wir gucken mal rüber auf die Insel Alba. Oh, er ist auch ein Stamm. Ich dachte, der wäre schon feudal. Unterwerfen geht leider nicht mehr. Wenn dann nur noch vielleicht ein Königsanspruch hier drin. Oder wir machen wieder die Invasion, wobei die wahrscheinlich am sinnvollsten ist. Aber dafür brauchen wir viel hier. Das Königreich von England. Komischerweise nicht hier oben. Das Königreich von Schottland geht nicht. Aber das hier unten geht schon mal. Das ist schon nicht schlecht. Wir müssen die ganzen Dinge halt dann wieder verteilen. Das ist das Problem. Wir müssen das dann wieder durch die mongolische Invasion bekommen. Wir die ja alle wieder direkt. Und das nervt ein bisschen, dass wir die dann wieder verteilen müssen. 22.000 hat er. Gut. Dann mal hereinspaziert. Wir können ja direkt hier übersetzen. Wo hat er? Er hat seine Hauptstadt hier oben. Wir werden hier oben mit der Belagerung dann beginnen. Richtung Hauptstadt. Und ich werde meine Truppen jetzt nicht mehr aufteilen. Wir halten sie zusammen. Der weiß-blaue Himmel. Nee, der weite blaue Himmel natürlich. 875 Frömmigkeit. Sehr schön. Nochmal schön. Ein paar Boni. Und wir könnten Mystiker werden. Sehr schön. Wir sind Mystiker geworden. Wir haben jetzt 3.370. Normalerweise. Oh, nee. Es fehlt noch ein bisschen. Ach so. Weil wir müssen warten, bis wir hier unten ankommen. Erst dann werden wir reformieren. Aber wir können dann da in der Zwischenzeit noch ein paar Frömmigkeitspunkte ansammeln. Und dann dementsprechend vielleicht doch später noch ein bisschen die Religion anpassen. Ich wüsste jetzt nicht, auf was wir gehen sollen. Was wir unbedingt brauchen. Aber vielleicht, dass wir das eine oder andere noch ändern. Kreuzzug für Lothringen. Schon wieder. Ich bin schon wieder im Krieg jetzt hier mit reingerufen worden. So, wir kommen wieder zurück. Ach so. Lothringen gehört uns sogar, oder wie? Jetzt greift uns der Babst auch noch an. Ah, das heißt, wir müssen den Krieg hier oben ganz schnell jetzt hier beenden. Wenn wir das nicht machen, werden wir einiges verlieren. Ach man. Jetzt geht es hier auf Lothringen. Jetzt gerade eben, wo wir Krieg erklärt haben. Wir können natürlich Weißen Frieden hier mit Alba machen. Aber vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig. 14 Monate jetzt. Oh, da kommen die Truppen schon. 30 Tage noch. So, wir gehen mal rein. Eine Tochter wurde geboren. Richwara. Soll sie heißen. Und wir bekommen vielleicht sogar noch hinzufassen. Wenn der Krieg in Alba relativ schnell vorbei ist. Ah, 73 ist richtig gut. 73 ist schon mal richtig gut jetzt. So. Von Rechts wegen. Mein Vasall hat mir von einem obskuren Gesetz berichtet, wonach es nur der Kaiser beschützen darf. Gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Herzog Hartneid, mein Vasall und derzeitiger Herrscher von der Grafschaft von Parsberg, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Will ich das? Er ist sauer. Ne, komm. Er darf seinen Titel behalten. Wir würden einen Anspruch bekommen. Ne, komm, der darf seinen Titel behalten. Dafür hat er eine gute Meinung dann. So, wir holen uns den Rest der Truppe hier unten noch. Vielleicht reicht es sogar, wenn wir nur ein bisschen Krieg führen. Hallo, Rafa. Versuche ich mal den Weg abzuschneiden jetzt. 84 Prozent. Jetzt werden wir hier drinnen noch ein bisschen belagern. Vielleicht müssen wir gar nicht hochtuckern. Wenn wir hier unten noch so zwei, drei Provinzen belagern. Eins, zwei. Hat nur zwei. Ha, vielleicht reicht das sogar noch. Hey! Oh Gott, ein schwieriger Name. Paranoix. Dankeschön für den Pribes Up. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich nenne dich einfach mal Paranoix. Vielen, vielen Dank. So, wir bringen die Mangonellen, nee, die Unaga gleich mal dann hier rüber. Und die 17.000 wollen sich die westlichen Truppen hier. Ich war beim Wechsel von Stamm zu Feudal enttäuscht, weil ich mir plötzlich Mühe mit den Kriegsgründen geben musste. Deswegen warte ich ja immer noch, deswegen warte ich immer noch, dass wir, dass wir nicht feudal werden wollen, weil wir so gute Kriegsgründe aktuell haben. Oh, er wäre sogar selber hier mit dabei. 97. Jetzt, wenn wir hier noch fertig belagern, dann war es das. Sehr schön. Okay, dann können wir uns nämlich jetzt gleich mal zum einen natürlich um die ganze Verteilung hier oben noch kümmern. Das müssen wir noch schnell machen. Und in zwei Monaten beginnt der Kreuzzug schon gegen uns. Unerhörterweise. Oh Gott, jetzt was? 4, 4, 9, achso 4, 4. Nee, nee, Para heißt das. Ich als alter Liedsprecher, ich weiß das. Und solange mich der Para nicht anderweitig korrigiert, werde ich ihn auch Para nennen. Oh Gott. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich die Flasche nicht aufbekommen hätte. Dann hätte ich mal kurz den Stream unterbrechen müssen. Das ist ein einziges Blöde an diesem Kriegsgrund, an der mongolischen Invasion. Dass du halt ihr alles quasi direkt bekommst dann und dann schön alles verteilen musst. Das ist sehr, sehr lästig. Wenn wir mal gucken, hier, Wessex, wenn wir das gleich mal quasi vergeben, dann haben wir schon mal die Herzogtümer. Dann vergeben wir immer ganze Herzogtümer jetzt. Und zwar Nichtherrscher, Religion, Tengrismus, Kultur ist Bayern. Und gute Verwaltungswerte müssen sie haben. Und vielleicht nicht ehrgeizig. Und der bekommt jetzt alles genau. Sehr schön. Dann hier drüben. Könnten uns natürlich Essex hier behalten, aber ich will jetzt auch nicht. Wir haben jetzt momentan, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Aktuell Bayern. Ja, wir könnten uns Essex, könnten uns zum Beispiel noch behalten mit London hier oben. Oder, aber wir haben ja jetzt Konstantinopel hier unten auch noch. Hier hätten wir halt Sondergebäude und das Fürstengebäude auch noch drin. Ich glaube, ich behalte mir erst mal Essex. Wir müssen mal schauen, wie es mit den Domänen... Ah, wir können uns nur den Herzogstitel, wenn dann, behalten. Nee, komm, wir geben das alles ab. Bevor ich da jetzt lang rummache. Wir spielen eigentlich, war es Ziel nur, dass wir hier Richtung Bayern gehen mit den Mongolen und in München dann Bayerisch werden. Aber der Durchgang macht mir aktuell sehr viel Spaß und deswegen werden wir den noch ein bisschen weiterspielen. Ich weiß aber noch nicht, wie lang oder was wir machen oder das ändert sich immer von Tag zu Tag, was wir als nächstes machen. Ich habe jetzt nicht wirklich einen großartigen Plan, wohin die Reise gehen soll. Finde ich aber für Crusader Kings Verhältnisse auch nicht verkehrt. Also ich mache das immer ganz gern, dass man sich so ein bisschen treiben lässt mit seinen Eroberungen und seinen Geschichten, die da auf einen zukommen. Das ist schon okay, das kann man schon so machen. Man muss nicht immer vorab gleich festlegen. Oh, wir könnten gleich mal den König machen. Komm, du bekommst mal den Königstitel. Oder, nee, wir geben einem dann später den Königstitel. Normalerweise müssten die ja alle dann untergeordnet werden. Ich gebe das jetzt mal dem hier. Der bekommt jetzt den Königstitel. Und wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel das Häuptlingstum von Kent vergebe, dann müsste der, meines Wissens, jetzt auch dem König untergeordnet werden. Na, der untersteht quasi uns jetzt wieder. Na gut, dann müssen wir das später nochmal direkt machen. Bisschen schade, dass das jetzt so ist. So, hier wüsste, können wir, hier wüsste. Die ist unabhängig, dass die immer noch den Titel hat. Ah, ich könnte den Titel übernehmen, aber die ist momentan im Krieg. Deswegen geht das nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017